Alle Jahre wieder kommt das Christuskind. Als Kind habe ich das Lied geliebt. Ich singe es auch heute gerne noch. Kehrt mit seinem Segen ein in jedes Haus. Als Kind habe ich mir das Christuskind vorgestellt, wie es tatsächlich vor dem Haus mit einem Besen kehrt. Heute weiß ich, dass damit ja gemeint ist, mit seinem Segen einkehren in unser Haus, den Segen ins Haus bringen, mit dem Segen ins Haus kommen. Aber irgendwie gefällt mir die Vorstellung immer noch, dass das Christuskind, das Jesus Christus kommt und mit dem Besen alles rauskehrt, was unschön und nicht gut ist und das eben auch sehr segensvoll ist. Inzwischen habe ich auch noch eine vierte Strophe gelernt. Aus dem Himmel ferne, wo die Englein sind, schaut doch Gott so gerne her auf jedes Kind. Seid gehütet und gesegnet.